Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem wunderbaren MNIST Tutorial. Heute mit PyTorch natürlich wieder mal, klar, heute Handschrifterkennung und zwar der Trainingsalgorithmus, das heißt die Main Training Loop sozusagen. Was wir jetzt hier machen wollen ist, wir wollen folgendes. Wir wollen hier unser Train erstmal schreiben und wir wollen es aber noch nicht wirklich benutzen, sondern wir wollen es erstmal kurz angucken, wie diese Funktion aussieht. Das Netz wollen wir erst beim nächsten Mal schreiben, denn da brauchen wir die Information, die wir erst durch die Daten wirklich bekommen. Sprich, wir müssen uns im Training angucken, wie die Daten aussehen und deswegen machen wir heute Training zuerst. Wunderbar. So, das Ganze ist eine Methode oder eine Funktion, nennt sich Train. Wer hätte es gedacht? Und ja, nimmt als Parameter eine Epoche mit. Ups, Epoch. Und das wollen wir natürlich hier verwenden. So, also das Training jetzt hier mal als Funktion, damit wir eben nachher auch die Testfunktion verwenden können und ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Gut, was brauchen wir jetzt als allererstes? Wir müssen unser Model auf Train setzen, denn das haben wir das letzte Mal noch nicht gemacht. Wir haben, also bei unserem ersten Modell, haben wir eigentlich nur trainiert. Wir haben nie evaluiert, das heißt, wir mussten nie irgendwas umstellen. Jetzt müssen wir aber sagen, unser Model soll was lernen oder unser Model soll eben nichts mehr lernen. Model.Eval ist genau das Gegenstück dazu. Und, ups, das soll natürlich nicht so sein. Und ja, das sind die beiden Dinge. Also hier werden die Gewichte vom Modell verändert. Das heißt, es lernt tatsächlich was und hier sind die Gewichte eingefroren. Das könnt ihr aber auch on the fly einfach ändern, also je nachdem, wie ihr eben Lust drauf habt. Aber wir werden das jetzt hier mal so machen. So, Model haben wir natürlich noch nicht, weil wir noch kein Modell haben. Das kommt erst beim nächsten Mal. Aber, ähm, den Rest können wir schon machen. Und zwar, so. So, wie kommen wir jetzt von unserem Training-Data-Loader, also von diesem Train hier oben, ähm, mir fällt gerade auf, dass wir hier unsere Funktion gleich genannt haben, wie die Daten da oben. Vielleicht sollten wir hier Train-Data hinschreiben und das Ganze hier unten Test-Data nennen uns. Data. So. Ähm, so. Wie kommen wir jetzt von unserem Train-Data hier oben auf tatsächlich was Sinnvolles hier unten? Naja, ganz einfach. Wir packen uns hier eine Batch-Nummer rein. Also, Batch-ID. Und wir bekommen Data und Target als ganz normal, als ganz normales Tupel, indem wir einfach nur unsere Training-Data aufzählen. So, das werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer erläutern. Was bedeutet das jetzt? Okay. Also, wir haben jetzt hier Train-Data. Das ist unser Torch-Utils-Data-Data-Loader, der uns diese Daten liefert. Der lädt die runter, verarbeitet die komplett und kann die dann am Ende einlesen. Also, das haben wir ja alles schon mitbekommen. So. Das Ganze kann man jetzt mit Enumerate auflisten lassen in eine Liste. Und dann hat jedes Element in dieser Liste mehrere Einträge. Nämlich zunächst einmal eine Batch-ID. Also, das ist erstmal so die Anzahl an Batches. Deswegen haben wir hier oben die Batch-Size angeben müssen. Das heißt, es sind immer 64 Daten. Und die sind sozusagen ein Element. Und dann im nächsten Schritt sind wieder 64 Daten da. Und ein Element. Dann haben wir hier eben die Daten. Also, das heißt, die Bild-Daten. Also, 64 Bilder. Und wir haben 64 mal, was es auch wirklich wird. Das heißt, zum Beispiel 0 bedeutet, es ist eine 0. Eine 2 bedeutet, es wurde eine 2 geschrieben. Also, 64 mal eben dieses Ding. Und das haben wir hier in unseren Daten alles drinstehen. Klar, hier vorne die Batch-Nummer brauchen wir trotzdem, damit wir sozusagen damit arbeiten können. Und ja, wunderbar. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Jetzt, wenn wir die Grafikkarte benutzen, brauchen wir natürlich erstmal Data ist gleich Data.cuda. Das sind Tensoren. Das heißt, wir müssen diese Tensoren erstmal auf die Grafikkarte schubsen. Und dasselbe machen wir mit Target. Target ist gleich Target.cuda. Wenn ihr keine Grafikkarte verwenden wollt, dann lasst ihr diese beiden Dinge einfach raus. So, jetzt müssen wir die ganzen Dinge umwandeln in Variablen. Also, das waren jetzt Tensoren. Jetzt wandeln wir das Ganze um in eine Variable, also Variable von Data. Und Target ist gleich Variable aus dem Target gebaut. So, relativ simpel bislang. Wir haben eigentlich nicht wirklich was damit gemacht. Jetzt, was machen wir jedes Mal auf jeden Fall, wenn wir hier irgendeinen Batch-Schritt machen, wenn wir was lernen wollen. Richtig. Wir setzen unseren Optimizer, den wir noch nicht geschrieben haben, fällt mir gerade so auf. Optimizer.0Gradient. Das normalisiert eben unseren Gradienten. Das heißt, er setzt den immer auf 0. Und wo wir schon dabei sind, wir haben den Optimizer noch nicht geschrieben. Den sollten wir oben drüber definieren, damit er für immer, also für die ganze Zeit da ist. Das heißt, wir schreiben hier erstmal Optimizer. Optimizer ist gleich. So, wie bekommen wir den Optimizer? Naja, Optimizer gibt es in der Optim-Datei SGD. Nehmen wir jetzt einfach wieder mal. Ihr könnt ja auch einfach mal rumprobieren. Wie gesagt, also neuronale Netze haben wirklich unglaublich viel mit Probieren zu tun. Und dieses Probieren meint wirklich Probieren. Also nicht irgendwie sinnvolles, ja, das ist gut, sondern man sieht halt, okay, damit hat man bessere Trainingsergebnisse. Also geht man mehr in diese Richtung. Wenn man dann plötzlich schlechtere Trainingsergebnisse hat, geht man halt wieder einen Schritt zurück. Also es ist wirklich so simpel und so doof. Okay. Parameters. Dann, wie gesagt, das Modell haben wir noch nicht. Das kommt erst im nächsten Video. Normalerweise würde ich das Modell irgendwie gleichzeitig schreiben, so ein bisschen. Weil man ja einige Informationen aus den Trainingsdaten braucht, um das Modell zu schreiben. Aber gleichzeitig braucht man hier oben das Model, damit man hier sinnvoll arbeiten kann, ohne Fehler. Deswegen, ja, sorry hierfür. Gut, die Learning Rate, die setze ich jetzt einfach mal auf 0,1. Und das Momentum, das ist normalerweise ein Wert zwischen 0 und 1. Das setze ich hier mal auf 0,8. Okay, also es sind gute Werte eigentlich. Damit kann man immer anfangen. Und ja, hier Optimizer.ZeroGrad hatten wir gerade eben. Das setzt einfach alle Gradienten erstmal auf 0. Das muss man jedes Mal machen, sonst lernt das Modell irgendwas komisches. So, was müssen wir als nächstes machen? Okay, wir müssen unsere Daten durch unser Modell jagen. Das heißt, Model von Data. Und jetzt müssen wir das Loss berechnen. So, wie bekommen wir jetzt unser Loss? Naja, wir nehmen einfach wieder mal unser Criterion. Das heißt, das müssen wir erst noch schreiben. Besser gesagt, ist gleich nn.crossentropy. Das ist ein weiterer Fehler. Und da wir hier irgendwas klassifizieren wollen, ist eigentlich Crossentropy. Wir werden am Ende auch Softmax benutzen. Eigentlich nie so schlecht. Ihr könnt aber auch gerne irgendwas anderes verwenden. So, ähm, ups. Crossentropy, ganz normal. So, jetzt brauchen wir unser Loss. Loss ist gleich Criterion von, naja, was stecken wir rein? Out und Target, logischerweise. Und, ähm, ja, jetzt haben wir unser Loss. Jetzt sagen wir unserem Loss, dass es Backward gehen soll. Backward. Achso, richtig, genau. Ähm, hier oben Crossentropy ist immer so ein bisschen das Problem, dass wenn man das hier in PyTorch verwenden möchte, ähm, das ist sozusagen eine Zusammenfassung von zwei Losses hier. Das heißt, normalerweise verwendet man dann am Ende dann doch das andere NLL-Loss. Also, das findet man unter F.NLL-Loss. Ähm, das enthält sozusagen Cross, oder Crossentropy enthält NLL-Loss. Und wenn wir nachher die Log Softmax-Funktion benutzen werden, also Aktivierungsfunktion benutzen werden, dann ist das NLL-Loss, ähm, das, was man nehmen sollte. Okay, aber gut. Ihr könnt auch, wie gesagt, Crossentropy benutzen. Das funktioniert beides. Ich nehme jetzt hier einfach NLL-Loss, weil man das benutzen sollte in solchen Fällen. Aber, ja. Okay, gut. Jetzt haben wir das Ganze Backward geschickt. Jetzt machen wir natürlich wieder mal unseren Optimizer.step. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Und dann können wir noch, wenn ihr wollt, Sachen ausgeben. Ausgeben. Das heißt, wir geben hier aus, ups, wie unser Loss ist. Und, ja. Das machen wir jetzt erstmal folgendermaßen. Wir sagen, ähm, Epoche. Und dann geben wir die Epoche aus. Und das ist unsere Epoch. Dann, ähm, gehen wir natürlich jedes Mal komplett durch den ganzen Datensatz durch. Das heißt, wir wollen jetzt noch unseren Batch ausgeben. Und dann wollen wir vielleicht noch ausgeben, wie viel wir schon haben insgesamt. Also sagen wir, ähm, wir brauchen hier vielleicht eine, ähm, wir machen hier so. Eckige Klammer auf. Genau so hätte ich das gerne. Dann, ja, lasst mich das vielleicht ganz kurz fertig schreiben. Das wird eine Weile dauern und das ist nicht wirklich spannend. Das ist einfach nur ein hübscher Print-Aufruf, der euch wahrscheinlich nicht mal interessiert. So, äh, das ist es erstmal. Jetzt brauchen wir hier unten natürlich, wobei wir brauchen nicht, aber wir wollen jetzt noch kurz das Ganze fertig schreiben. Und unten noch eine Vorschleife, die wir sozusagen fürs Training benutzen. Das heißt, eine Epoche definieren in Range. Ähm, ja, was wollen wir denn machen? Wir wollen 30 Epochen. Das ist eigentlich, glaube ich, immer eine ganz gute Zahl. Und dann trainieren wir das Ganze einfach so. Train und die Epoche reinstecken. So, Testdaten bzw. testen werden wir das Ganze erst, wenn wir ganz am Ende sind. Und ja, das war es erstmal für heute wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.